Hallo, eine nächste kurz Anja Time zu der Frage der Bildungspunks Transformation der Lehrkräftebildung. Und zwar hatte Ines Bieder mich gefragt, nachdem ich den Tweet von Joscha Falk retweetet hatte und grobe Zustimmung signalisiert hatte, ob ich nicht dazu auch mal was sagen will. Eigentlich halte ich mich ein bisschen zurück bei den Schulen, versuche ich es zumindest, weil da so viele Akteure unterwegs sind und ich denke, ich muss da nicht auch noch immer noch mitrühren. Aber ich will mal so zwei Aspekte hier mit reinbringen und in diesem Video das erste, und zwar zum großen Thema Transformation, was ja letztlich Change auch beinhaltet, weil ich selber gerade, als ich das retweetet hatte, aus einer Fortbildungsveranstaltung mit Dejan rauskam und da noch diese Fragen dort nachklangen. Und meine Sicht, also jetzt von der Seitenlinie, ohne dass ich mir anmaßen möchte, da die Endexpertin zu sein, meine Sicht ist wie folgt. Also wir leben in dieser berühmten VUCA-Welt, alles ist im Fluss, eine Krise jagt die nächste. Wir haben in der Zwischenzeit, stehen wir kurz davor, bestimmte Klimakipppunkte zu erreichen und dann ist es völlig unvorhersehbar, was danach passiert. Und es ist ja nicht nur das Klima, es ist die Biodiversität, es ist der Krieg, der hängt ja auch irgendwie mit dem Klima zusammen. Und Corona hängt auch wiederum mit dem Klima zusammen und so weiter. Oder doch mit dem Klima, mit dem Ökosystem, was wir so durcheinandergewirbelt haben und so weiter und so fort. Und das heißt letztlich, dass wir auch jetzt schon die ersten gesellschaftlichen Kipppunkte ja sehen, wie die Wirtschaft kollabiert, wir also ein neues Wirtschaftssystem quasi jetzt hier aufbauen müssen, mehr oder weniger ein neues Geschäftsmodell, auch für Deutschland, für alle möglichen europäischen Länder. Und das bedeutet auch, dass wir Kipppunkte in der Gesellschaft haben. Und das macht sich letztlich natürlich jetzt auch in den Schulen bemerkbar. Wir haben den demografischen Wandel, auch das ist eine Krise, die noch potenzierend dazukommt. Und wir haben zu viele Abbrecher, wir haben aber mehr Kinder als gedacht auf einmal in den Schulen. Die Schulen existieren gar nicht. Ich bin ja hier in Berlin, also hier fehlen vorne und hinten die Schulen für diese ganzen GrundschülerInnen. Wir haben zu wenige LehrerInnen und wir haben zu viele Switcher, die also quasi aufgrund dieser Überforderung und dieser Trägheit des Systems einfach rausgehen und keinen Bock mehr darauf haben. Das sind alles Problemlagen, die wir ja einfach so mal konstatieren können, ohne sie weiter aufschlüsseln zu müssen. Und jetzt, wenn man jetzt, also ich komme ja aus dem konzessionellen Bereich, und wenn man jetzt also an uns theoretisch herantreten würde, was wäre denn die Aufgabe oder die kreativ-konzeptionelle Aufgabe, wie man das denn lösen kann, diese Krisen, die ja nicht absehbar sind, dass sie irgendwann enden. Wir werden ja nicht mehr in irgendeinen Normalzustand zurückkommen können. Das heißt, wir brauchen irgendeine Lösung, die ja diese Rahmenbedingungen bedenkt und dann transformativ löst. Und dann sind wir bei dem Begriff der Transformation. Das heißt, man muss zurücktreten hinter diesen tagesaktuellen Schlagabtausch und versuchen aus der Distanz mal das Gesamtbild erst mal sich anzuschauen. Was passiert da im Moment? Wie hängt das alles zusammen? Und dann überlegen, wie könnten mögliche Lösungen sein unter den gegebenen Bedingungen? Und die sind natürlich dann immer anderer Natur als die Rahmenbedingungen, die überhaupt zu dem Problem geführt haben. Ist ja logisch. Und das heißt, man muss dann da wirklich kreativ werden, wie man das anders organisiert mit den Mitteln, die man zur Verfügung hat. Und es sind ja doch erhebliche Mittel, die auch im Bildungssystem zur Verfügung stehen. Wir haben weiterhin doch sehr viele Lehrer bundesweit gesehen. Wir haben viele Gelder, die zur Verfügung gestellt werden. Also es sind ja Mittel da. Es ist ja nicht so, als wäre nichts da. So, und damit muss man dann irgendwie Lösungen finden. Das ist Kreativität, da zusammenzukommen, zu überlegen, was gibt es denn da? Was wäre denn denkbar? Wie könnten wir das ganz anders organisieren? Status quo, tabularal sei es gäbe, wir leben in einem Land, es gibt keine Schulen, so wie wir sie jetzt kennen. Und dann fängt man an zu überlegen, okay, wie müsste es denn sein? Und wie könnten wir mit den Dingen haushalten, die uns zur Verfügung stehen? Und dann gilt es daran, diese Übergänge zu schaffen. Das wäre ja so der logische Schluss auf der Meta-Ebene. Und das bedeutet, jetzt komme ich zu dem Punkt der Fortbildungen, ohne dass ich mich da wirklich allzu sehr reinmischen will. Aber ich glaube, das Erwartungsmanagement muss runter. Also ich sehe auch und bemerke das seit einigen Jahren, dass diese Tools-Schulungen überhand nehmen und man sich quasi in dem Status quo bewegt, den man aktuell vorfindet, der alles andere als zufriedenstellend ist. Und dann versucht man mit diesen Tools irgendwie so ein bisschen diese digitale Kompetenz der SchülerInnen aufzubauen. Aber dazu gelten dann halt meist diese Fortbildungen. Aber ich glaube, dieses Erwartungsmanagement muss erst mal auf der Seite runter. Also es geht nicht darum, den Status quo irgendwie aufzupeppen, sondern es geht darum, den Status quo ganz neu zu denken. Und diese Fortbildungen müssen aus meiner Sicht, und das ist jetzt wirklich, ohne dass ich da jetzt stundenlang drüber nachgedacht habe, müsste man kollaborative Lernumgebungen für die Lehrenden schaffen, in die sie gerne reingehen als Reallabor oder wie auch immer man das dann bezeichnen will, und in denen sie dann gemeinsam wirklich A, Kollaboration erst mal selbst einüben. Wie geht denn das? Wie befruchten wir uns wechselseitig mit unseren Gedanken, mit unseren Ideen? Und nicht mit dieser Ja-Aber-Kultur, das hat noch nie funktioniert und so weit, sondern Ja-Auch, okay, ja, so kann man denken, aber und. Also dann weiterdenken, kreativ denken. Das muss man einüben, diese Prozesse, und dann kann man anfangen, Ansätze zu sammeln, konstruktiv, kritisch zu hinterfragen, zu pilotieren, auszuprobieren, sich über diese Erfahrungen auszutauschen und so weiter. Ich meine, es gibt ja Schulansätze auch jetzt bereits im bestehenden System, das finde ich immer so frappant, was also alles noch möglich ist, offenbar in den rechtlichen Rahmenbedingungen. Und wir sehen das überall, wie einzelne Akteure, aktive, kleine Gruppen innerhalb von Schulen wirklich neue Dinge bewegen und was Neues probieren. Und so müsste sich eigentlich, und aus meiner Sicht, ich weiß, die meisten LehrerInnen sind verbeamtet und das Beamtenrecht lässt ja auch bestimmte Dinge nicht zu, aber man muss einfach das Stoppschild zeigen, der Bildungspolitik das Stoppschild zeigen, so wie Fridays for Future es macht und sagt, nein, so nicht weiter. So arbeiten wir einfach nicht mehr weiter. Wir brauchen Alternativen, wir müssen diese auch alten Status-Quo-VertreterInnen loswerden und wir müssen neue Verbünde schaffen, neue politische Verbünde. Darum gehen es in meinen Augen bei Fortbildungen. Das klingt ja jetzt ein bisschen nach Politik, aber ja, letztlich wäre das das. Und dann gilt es gleichzeitig aber auch diese verschiedenen Ad-Tech-Ansätze, die es ja bereits gibt und die oftmals so als Konkurrent wahrgenommen werden. Darum geht es gar nicht. Es gibt Ad-Tech, die leben sehr gut davon, von diesem Missmanagement des bestehenden Schulungssystems und versuchen, diese Lücken zu füllen. Das ist ja auch sehr geschickt und betriebswirtschaftlich sinnvoll. Aber das ist keine Ad-Tech, die uns weiterführt, weil sie stabilisieren ja den Status-Quo. Was wir suchen müssen, was wir fördern müssen, sind Ad-Tech-Unternehmen, die bei diesem Wandel helfen, die also dabei unterstützend wirken, dass diese Organisationsentwicklungen, letztlich ist es ja eine Systementwicklung, gedacht werden können, dass Lehrende zusammenkommen oder auch alle Akteure. Das ist ja eine interdisziplinäre Geschichte. Da gehört ja eins zum anderen. Da gehören ja Wirtschaftswissenschaftler genauso dazu wie Arbeitswissenschaftler, Pädagogen, Erziehungsmenschen und so weiter. Sozialwissenschaftlerinnen. Ja, genau. So, und im Grunde geht es auch darum, auch das kann man sehr wohl technologisch begleiten und man bräuchte da auch smarte Technologien, die das dann helfen, zusammenzuführen und kollaborativ zu extrahieren. Aber diese Ad-Tech, die man dafür braucht, darf keinen Selbstzweck verfolgen. Also das Ziel dieser Ad-Tech wäre, sich selber überflüssig zu machen oder vielleicht maximal noch vielleicht zukünftig auch unterstützend bei Weiterentwicklungen kollaborativer Natur mitwirken zu können. Aber das ist ja das gleiche Problem wie bei den Beratungsgesellschaften, die überall mitmischen. Das Ziel ist, derer ist ja nicht, sich selbst überflüssig zu machen, sondern nur neue Felder zu eruieren und zu öffnen, wo sie dann weiterberatend wirken können. Das darf natürlich nicht der Fall sein, sondern wir brauchen einen gemeinsamen, kollaborativen Raum, wo wir gemeinsam wertneutral im Interesse der zukünftigen Generationen auch zusammendenken können. Mein Wort zum Sonntag, nee, es ist ein Freitag und ich dachte, ich mache es lieber als Video, weil als Text hätte ich jetzt wahrscheinlich den ganzen Tag dran gesessen. So werde ich das ganz schlank halten. Ja, vielleicht hat es euch was gebracht. Macht's gut, bis dahin, bye bye. Ciao.